Hallo, ich bin Jasmin Kozebeck und ich spreche gerne mit interessanten Menschen über interessante Themen und heute wird es digital. Vor mir sitzt der Blog-Trainer, bürgerlicher Name Roman Reher, gelernter Informatiker, also ein richtiges Handwerk, ein richtiger Handwerker sozusagen, nicht studiert. YouTuber seit 2018 mit dem größten Bitcoin-Kanal, ich will jetzt sagen auf der Welt. Es ist nicht ganz korrekt, es kommt darauf an, wie man es anguckt, aber auf jeden Fall, weil es Bitcoin-spezifisch ist, hat es so ein Alleinstellungsmerkmal. Das schon, ich würde aber auch sagen, weltweit ist es einer der größten. Es gibt tatsächlich noch den einen oder anderen, der im ähnlichen Fahrwasser ist, aber er ist auf jeden Fall, steht er ganz vorne mit und ist aber rein deutschsprachig. Und das ist schon ziemlich spektakulär überhaupt. Du bist ein absoluter Crypto-Blockchain-Bitcoin-Konnoisseur, würde ich sagen, und Gründer der Blog-Trainer-Plattform. Da gibt es alle möglichen Informationen rund um das Thema. Und neuerdings habe ich gesehen, bist du auch bei Focus Online als, ich hasse das Wort, Experte, als Bitcoin-Experte dabei. Was auch natürlich sehr schön ist, dieses Thema mehr so in den Mainstream zu kommen. Aber bevor wir in das Digitale einsteigen, wird es erst einmal analog. Und was ist analoger als dein Vater oder mein Vater? Und apropos Vater, bald ist Vatertag. Und was gäbe es Besseres, als dem analogen Vater ein wunderschönes Schreibwerkzeug zu schenken? Die Firma Hörner aus Dresden, ihr wisst, die unterstützen meinen Kanal. Und ich finde die Tintenroller absolut grandios. Ich schreibe damit jeden Abend in mein Tagebuch. Ja, ich mache das wirklich. Und ich glaube, euer Vater würde sich auch wahnsinnig darüber freuen. Deswegen, warum denn nicht, ein schönes Geschenk zum Vatertag von der Firma Hörner aus Dresden. Mit dem Rabattcode jasmin10 bekommt ihr 10% auf eure Bestellung. Und nicht vergessen, unbedingt den Affiliate-Link benutzen, sonst habe ich nichts davon. Und ich sage Dankeschön für eure Bestellung, falls einer eingeht. Und sonst reicht es auch, wenn ihr mir hier ein Like oder ein Abo dalasst. Vielen Dank. So, danke, dass ich das machen durfte. Ganz analog natürlich. Ist eine ganz andere Nummer als jetzt hier, über was wir heute sprechen. Wir sind komplett digital unterwegs. Bist du so ein kompletter digitaler Typ? Machst du überhaupt noch Dinge analog? Ja, klar. Zahlt du bar? Ich zahle manchmal bar. Immer dann, wenn mir das auch wichtig ist, dass ich eine gewisse Privatsphäre damit wahren kann. Es kommt immer ganz drauf an. Also ich bin schon jemand, der sehr gerne sehr viele Dinge sehr digital macht. Also ich schreibe sehr wenig auf Papier. Mich nervt das eher, wenn über die Zettel rumfliegen. Das stimmt, ja. Auf der anderen Seite kann ich das aber auch sehr verstehen, weil viele brauchen das auch. Und ich glaube, ich bin aber auch ein bisschen special. Also das trifft nicht auf jeden zu. Und ich glaube nicht, dass meine perfekte Zukunft nur aus digitalen Dingen besteht. Das möchte ich aber da nochmal zu sagen. Also es ist schon so, dass ich auch beispielsweise, wir wohnen relativ ländlich und haben uns bewusst für den Garten entschieden. Ich mache das gerne, einfach um von der Arbeit ein bisschen abzuschalten, mich um den Garten zu kümmern. Ich habe einen Bachlauf selber gebaut, einfach weil das ein bisschen Abschalten für mich bedeutet. Mit den Händen arbeiten ist schon nochmal was anderes als am PC oder vor der Kamera oder mit Blockchains. Ja, okay. Ich weiß auch nicht, warum ich das jetzt so gesagt habe. Also Robotic. Was ich jetzt gerade interessant fand, was du gesagt hattest, wenn du es ganz privat haben willst, dann zahlst du bar. Es hieß ja immer Bitcoin, Kryptos Allgemein seien so privat. Aber das stimmt ja überhaupt gar nicht. Man kann ja diese Transfers ja locker nachvollziehen. Vielleicht nicht locker, aber man kann sie nachvollziehen. Ja, genau. Also die Blockchain ist, man sagt, immer Pseudonym. Das heißt, es ist schon so, dass man nicht direkt weiß, wer jetzt was bezahlt. Aber wenn wir so ein Gateway in die Fiat-Welt haben, beispielsweise bei einem Broker oder einer Exchange, wo wir unsere Bitcoin kaufen, und von dort auf unsere eigenen Adressen die Bitcoin transferieren, dann weiß jetzt natürlich dieser Dienstleister, wie unsere Adresse aussieht und wie sie heißt. Und dementsprechend kann er auch nachvollziehen, wenn wir jetzt weiter was schicken, wo wir es hinschicken unter Umständen, weil er vielleicht die Adresse auch kennt oder im Zweifelsfall das staatliche Organ dann die Empfangsadresse kennt. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, es gibt dort aber auch gute Technologien, um auch dort privat zu zahlen. Vieles ist noch nicht so perfekt, wie man sich das wünscht, aber es geht schon einigermaßen gut. Das eine ist das Lightning Network, was sowieso eher das Bezahlnetzwerk für Bitcoin ist. Das ist ein Netzwerk, was auf dem Bitcoin-Netzwerk aufsetzt und womit private, aber auch sehr schnelle Zahlungen möglich sind. Und das andere ist, dass es sowas wie Coinjoins gibt. Also es heißt tatsächlich, Coinjoins, das ist wie so ein Mixer in der Blockchain, wo, sagen wir mal, ganz einfach runtergebrochen, zehn Leute zahlen jeder 0,1 Bitcoin ein und danach kriegen sie auf zehn neue Adressen diese zehn Leute wieder 0,1 Bitcoin ausgezahlt und dann weiß man nicht, wer es wäre von denen. Und so kann man das wieder anonymisieren. Ist aber natürlich ein Prozess, da muss man sich ein bisschen mit auskennen, wird aber immer einfacher, das kann man schon mal sagen. Und die Zukunft geht auch so ein bisschen Richtung Pay-to-Coin-Join. Das heißt, immer wenn ich eine Bezahlung mache, mache ich das nur durch einen Mixer zum Empfänger hin. Und dann weiß man gar nicht mehr oder kann gar keinen Bezug mehr zwischen den Transaktionen herstellen. Manchmal habe ich Angst, dass ich auch so abgehängt werde. Wenn ich jetzt gerade so diese Anspielung mache, wer ist analoger als dein Vater, denke ich mir manchmal auch, dass ich so den Anschluss eigentlich verliere. Also wenn ich das mir jetzt so anhöre und wahrscheinlich in der Praxis, wenn man es mal gemacht hat, ist es nicht mehr so kompliziert. Das leuchtet mir auch ein. Aber wenn ich jetzt auch diese ganzen AI-Sachen mir angucke und denke mir, oh wow, ich glaube jetzt gerade ist der Punkt in meinem Leben, wo ich den Anschluss verliere. Ja, geht sogar mir manchmal so. Also manchmal fühle ich mich wie ein Boomer, wenn ich so Plattformen wie TikTok oder Instagram aufmache. Bei den Plattformen fühlst du dich so. Ja, und ich habe ja sogar einen Instagram-Account, der auch einige tausend Follower hat. Aber das hat natürlich das Team gemacht und ich komme damit überhaupt nicht zurecht. Und mir geht das auch so. Ich glaube, das ist auch ein ganz natürlicher Prozess, wenn neue Technologien da sind und sich so langsam in die Gesellschaft integrieren. Es wird aber immer wieder diesen Punkt geben, wo sie für die breite Masse, ich sage mal, zugänglicher werden. Und die Frage ist auch immer, wie viel von diesen Dingen muss man wirklich annehmen und welche sind Technologien wie zum Beispiel Instagram, wo man vielleicht auch ohne gut klarkommt. Und ich würde mal sagen, Instagram ist so eine Plattform zumindest. Und AI hingegen ist eine Technologie, wo man wahrscheinlich langfristig nicht drum herum kommt, weil es einfach so viel Effizienz für unseren Alltag, für unsere Arbeit bedeuten kann, dass wir sonst ökonomisch abgehängt werden. Davon gehe ich einfach aus. Ja, ja, also da stimme ich dir zu. Und es kam jetzt halt auch viel auf einmal. Ich glaube, dass man da so ein bisschen overwhelmed ist sozusagen, Entschuldigung für die Anglizismen, ist ja irgendwie nachvollziehbar. Und ja, ich glaube, man kann gut ohne Instagram leben, dem würde ich auch zustimmen. Aber wenn wir jetzt über das Thema Währung reden, Digitales, die Wallets oder was du da jetzt auch gesprochen hast, wie man so Geld verteilen kann und so weiter, da ist die Frage, in welche Richtung wir diesbezüglich gehen. Also wir haben Kryptowährungen, du beschäftigst dich vornehmlich mit Bitcoin, das ist korrekt. Also du bist kein Shitcoin-Holder oder sowas. Ist das richtig, oder? Genau, also ich beschäftige mich überwiegend mit Bitcoin, aber natürlich auch mit den anderen. Einfach, um auch offen zu sein und sicher zu sein, dass ich keinen Fehler mache bei meinem Fokus. Also das ist natürlich schon notwendig. Dementsprechend, klar, Bitcoin hat meine absolute Aufmerksamkeit, aber ich kenne mich bei den meisten anderen Kryptowährungen auch ganz gut aus, so könnte man das sagen. Ich kann ja jetzt gleich mal offenbaren, dass ich bei Binance so ein Wallet, kann man sagen, ne? Aufgemacht, ja? Also da muss man sagen, wenn man bei Binance eine Wallet hat, hat Binance die Wallet. Das ist also nicht deine, das heißt, wenn Binance... So wie bei einer Bank. Genau. Die Bank hat mein Geld. So kann man sich das vorstellen, genau. Ja gut, dann hat Binance mein Wallet und ich habe komplett abgekackt auf jeden Fall. Also, ja doch, schon ziemlich. Also es ist jetzt ziemlich gleichbleibend niedrig geblieben. Ich habe jetzt auch da nicht mit so viel Geld gespielt sozusagen und da war auch kein Bitcoin in dem Wallet, also da drin. Warum nicht? Weil wir hatten das also mit meinem Mann zusammen angelegt, schon 2017 tatsächlich und deswegen, ich hatte nur so ein bisschen, ich habe einfach auch mal was ausprobiert. Ja, da war so Ripple drin, Tron, Solana, glaube ich. Du lachst jetzt. Ja, das sind ja die Netzwerke, die viel Marketing machen, dafür, dass sie natürlich auch gesehen werden. Am Ende aber in meiner Auffassung eher sowas wie Fintechs sind. Das sind meistens Unternehmen, die dahinterstehen, die diese Netzwerke auch wirklich koordinieren müssen und auch weiterentwickeln müssen, weil sonst nicht viel passiert. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, aber am Ende sind es meistens trotzdem Unternehmen und diese Fintech-Unternehmen versuchen so ein bisschen diesen Geist des Dezentralen mitzunehmen und zu sagen, hey, schau mal, hier ist die neue digitale Welt und wir bauen diese tollen Tools mit teilweise wahnwitzigen Argumenten und wahnwitzigen Narrativen. Aber eins ist ganz klar, keine von diesen ist so dezentral wie Bitcoin. Und bei Bitcoin gibt es eben nicht dieses Unternehmen, was Bitcoin entwickelt. Es gibt viele Unternehmen, die an Bitcoin entwickeln, aber es gibt keinen, der vorgeben kann, in welche Richtung das geht. Bitcoin ist mal eine Kollektiventscheidung und jedes Update, was da kommt, muss wirklich von jedem Teilnehmer auch angenommen werden, sonst kommt es eben nicht. Ist da nicht eine 90-Prozent-Entscheidung notwendig? Oder wie war das? Ja, das ist schwierig zu sagen. Man kann auch eine 50-Prozent-Entscheidung machen, wenn man das möchte. Aber die Folge wäre ja eben, dass das Netzwerk sich zweiteilt und im Endeffekt nur das ökonomisch stärkste Netzwerk überlebt. Also eigentlich ist es immer eine 100-Prozent-Entscheidung. Ah ja, okay, verstehe. Ja, ich glaube, Ripple war so ein Ding von den Banken, ne? War da nicht was? Das ist eben ein so ein wahnwitziges Narrativ. Ich habe mich schon ganz gut erinnert. Das ist auch deren Hauptargument, dass sie sagen, naja, Bitcoin, das wird die klassische Welt nicht annehmen, weil da sind die Banken draußen. Also müssen wir jetzt eine Kryptowährung bauen, wo die Banken mit dabei sind. Ich würde sagen, die Banken, so wie wir sie kennen, sind eigentlich ein Problem, weswegen es überhaupt Bitcoin gibt. Und da sehe ich auch nicht unbedingt, dass man eine Technologie bauen muss, die speziell für die Banken zugeschnitten wurde, sondern umgekehrt eine Technologie bauen muss, wo die Banken sich vielleicht, ja, weder näher an die wirklichen Bedürfnisse der Menschen orientieren müssen. Das heißt, ich bin quasi ein Kryptomarketing-Opfer geworden. Das weiß ich nicht. Es ist okay für mich, ja. Ich komme klar damit, das ist nicht so schlimm. Aber ich wollte es halt einfach mal ausprobieren. Ich glaube, ich wollte auch einfach mal ausprobieren, wie so ein Wallet einzurichten und so weiter, was ja dann erstaunlich ähnlich war, wie zum Beispiel bei Trade Republic ein Portfolio einzurichten, ja, also mit der Verifizierung und so weiter. Und dann, sobald es losging mit den Sachen hin und her schicken, war ich, das war schon leicht an der Überforderungsgrenze, gebe ich ganz offen zu. Ich meine, diese langen Ziffernreihen, die man da, und also, es hat geklappt. Aber man muss dann ja auch immer das richtige Netzwerk auswählen und so weiter. Und ich glaube, wenn man, das ist für mich problematisch. Manche Leute können es ja einfach machen und denen ist es auch egal, ja. Aber wenn ich es nicht verstehe, fällt es mir unglaublich schwer, dann diese, alles zu verschaffen. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es einfach nicht, genau. Ganz einfach, ja. Vielleicht an der Stelle. Also ich glaube auch tatsächlich, dass das erstmal jedem so geht, der das erste Mal solche Transaktionen macht und ganz viel Unsicherheit dabei ist, man dann auch am liebsten erstmal eine kleine Summe steht. Ja, genau, genau so war es. Kommt es überhaupt an, ja, und was passiert da? Gerade bei Binance ist es kompliziert, weil Binance hat innerhalb dieses Binance-Ökosystems noch ein neues Ökosystem geschaffen, diesen BNB-Token mit einer komplett eigenen Blockchain, die aber auch hier in den Fintech ist. Also es wird nur von Binance betrieben. Und auf dieser gibt es sozusagen synthetische, also so Kopien von so einem Bitcoin und anderen, die man darauf verschicken kann. Und wenn man da das falsche Netzwerk auswählt, dann schickt man tatsächlich seine Coins ins Nirvana. Genau. Das ist nämlich das Problem. Vielleicht auch da nochmal eins am Punkt. Bitcoin ist ganz einfach zu verstehen. Und das ist so gut. Und ich glaube, dass diese Kryptowelt super komplex und vielfältig ist mit all diesen Dingen und NFTs, die es da gibt. Aber Bitcoin ist so einfach. Und genau das ist der große Vorteil, weil Bitcoin kann theoretisch jeder verstehen, auch ohne großes technisches Verständnis. Das sind einfach so ein paar Grundpfeiler, die da sind und die jedem einleuchten. Zum Beispiel, dass die Geldmenge, die es bei Bitcoin gibt, die ist knapp, die ist begrenzt und die wird nie mehr als 21 Millionen Coins sein. Und dieses Netzwerk zu benutzen, da gibt es auch keine großen Fehler, die man machen kann, weil man ist immer im richtigen Netzwerk und da gibt es auch nicht die Gefahr, ins Nirvana zu schicken. Also schon in dem Sinne, wenn man eine falsche Adresse angibt, aber eben nicht, dass man sich zwischen 20 verschiedenen Netzwerken entscheiden müsste. Und das Ganze wird auch einfacher, das muss man dazu sagen, erfordert aber meiner Meinung nach auch ein bisschen eigenen Aufwand, weil dieser Aufwand, sich damit zu befassen, der ist auch notwendig, weil das ist genau der Grund, warum wir heute so viel Vertrauen an die Banken und große Institutionen abgeben, weil wir eben uns das selber nicht mehr zutrauen und immer denken, das können wir eh nicht und die wissen viel besser, wie Geld geht, sollen die sich darum kümmern und diese Abgabe der eigenen Verantwortung führt am Ende zu großem Schaden und ich denke, Bitcoin ist einfach genug, dass wenn man mal wirklich sich einen Abend Zeit nimmt und auch mit ein bisschen Ruhe, also nicht so aufgeregt und jetzt schnell was machen, sondern wirklich sich da mal dransetzt, dass man es ausreichend sicher verwenden kann und das ist eigentlich meiner Meinung nach daher recht unkompliziert. Ja, ich höre das immer von Experten, dass Bitcoin ja so einfach sei. Jetzt hast du zwei, also nee, jetzt hast du gesagt, ja, es ist begrenzt, okay, 21 Millionen, wir sind noch nicht ganz an der obersten Grenze, richtig? Genau, wir sind jetzt bei knapp über 19 Millionen. Genau. Nächstes Jahr findet da das, okay, wir kommen später zu diesem Thema, weil es ist noch zu früh. Es ist noch zu früh. Wir wollen ja erstmal überhaupt verstehen, ja, und ich, okay, wir haben gesagt, eine begrenzte Anzahl, okay, verständlich, und was sind denn noch die simplen Grundpfeiler? Wenn, okay, brechen wir es mal so runter, wenn du es jetzt in einer Minute ganz einfach erklären müsstest, bitte, you have the floor, oder so zu sagen? Genau, es gibt maximal 21 Millionen Bitcoin. Dann, wie wir gerade schon festgestellt haben, alles, was bei Bitcoin passiert, ist eine kollektive Entscheidung. Es gibt niemanden, der da den Hut auf hat und bestimmt, in welche Richtung das geht. Es ist also immer eine gemeinsame Entscheidung, also es ist dezentral. Und die Besonderheit ist, dass Bitcoin keine Grenzen hat. Also jeder in jedem Land kann es zu jeder Zeit benutzen. Das Netzwerk fällt nicht aus, es gibt keinen, der uns die Erlaubnis geben muss. Und es ist trustless. Also wir können da jederzeit mitmachen, jeder von uns. Und alles, was es bei Bitcoin gibt, ist bis ins kleinste Detail, bis zum letzten Bit überprüfbar. Und klar bedeutet das, dass jemand, der keine Ahnung von Technik hat, auch wieder anderen Technikern vertrauen muss. Aber irgendwann ist es die Vielzahl an Menschen, die da eben reinschauen und sagen, naja, es ist schon so, es ist begrenzt. Und das sind eigentlich so die Grundpfeiler von Bitcoin, die das Netzwerk besonders machen. Ja, ich glaube, diese Einstiegshürde ist tatsächlich das Problem, was das Technische angeht. Ganz ehrlich. Also ich komme theoretisch mit und wenn ich dann an die Praxis denke, da entsteht bei mir so dieser Moment, okay, Moment mal, okay, klar, ich verstehe, ich benutze eine Börse wie Binance, das funktioniert anders. Aber wenn du jetzt sagst, wenn man jetzt nicht so eine Börse benutzen würde, was benutzt du denn? Also eine eigene Wallet zum Beispiel auf dem Smartphone oder auf dem PC und dann hat man natürlich trotzdem Dienstleister, die für einen Bitcoin kaufen. Dann ist es meistens einfach so, man schickt denen per Dauerauftrag Geld. Wenn das Geld beim Dienstleister ankommt, überweist der oder nutze dieses Geld und kauft da von Bitcoin und schickt dir das sofort auf deine eigene Adresse zurück, auf deine Wallet, auf dein PC. Das heißt, dein Geld verlässt nur für den Moment, den Kaufmoment einmal deine eigene Verantwortung, deine eigene Verwaltung und danach liegt es wieder bei dir. Und dann kannst du damit machen, was du möchtest. Ja, das hört sich immer so einfach an, aber allein so ein Wallet und so weiter einzurichten, aber... Wir machen das gleich nach der Aufnahme und ich verspreche dir, das dauert eineinhalb Minuten. Okay, ich bin da voll dabei. Das ist wirklich sehr einfach mittlerweile. Ich bin da voll dabei. Ich habe ein iPhone. Funktioniert das auch da? Perfekt. Okay, super. Okay, ja, ich bin voll dabei. Ich mache das, ja. Und dann mache ich vielleicht sogar einen Sparplan. Genau, das würde ich nämlich jetzt gerne mal wissen von dir. Wie viel Bitcoin hast du? Sagst du so? Ja, also ich spreche gar nicht über irgendwelche Investments. Ja, der Grund ist einfach, ich habe damals angefangen mit meinem Kanal, ich habe damals noch nicht Bitcoin-Only-Content gemacht. Das hat bei mir auch einen Entwicklungsprozess gebraucht, bis ich an diesem Punkt war, und mir war damals schon klar, da sind ganz viele Sachen, die da draußen passieren, die nicht so einwandfrei sind. Und ich wollte von vornherein in diesem Bereich Bildung machen. Also ein Grund für meinen Kanal war einfach, dass 2017 das einfach eine riesen Werbeveranstaltung war. Also gerade auf YouTube, aber auch auf anderen Plattformen. Und man hat das halt schon sehr gemerkt und ein bisschen ein Feingefühl dafür hat. Und als ich dann mit meinem Kanal gestartet habe, habe ich das auch selber gespürt, wie viel da versucht wird, teilweise Marketing über die Kanäle zu machen und mit was für tollen Angeboten die locken. Und die sind toll. Also hätte ich die angenommen, säßen wir wahrscheinlich heute nicht hier und ich wäre irgendwo in Dubai oder so. Keine Ahnung. Aber im Endeffekt ist es schon so, dass die Thematik ist, also im Endeffekt für mich als Person, dass ich gesagt habe, naja, ich möchte gar nicht den Leuten sagen, was ich mache, weil ich als Person schon irgendwo ein Influencer-Dasein habe. Also ich finde das Wort auch fürchterlich, weil ich sehe mich auch eher als Lehrer oder bildende Personen in dem Bereich. Aber man ist trotzdem irgendwo Influencer und ich wollte nicht, dass mir irgendwer irgendetwas nachkauft, egal was es ist, ob es jetzt Aktien oder sonstige Sachen sind. Und deswegen habe ich nie darüber geredet, auch nie prozentual irgendwas veröffentlicht oder so. Ich bin so neugierig. Vielleicht habe ich gar keine Bitcoin. Das ist eben der Tür an der Sache. Das würde ich kategorisch ausschließen. Aber sicher kann man sich nicht sein. Nein. Und trotzdem ist es ja alles immer eine Frage der Wahrscheinlichkeit und ich halte die Wahrscheinlichkeit für sehr gering, dass du gar keine Bitcoin hast. Okay, dann stelle ich dir, ich stelle eine Variation der Frage. Was hast du schon mit Bitcoin gekauft? Was habe ich schon mit Bitcoin gekauft? Das Gute bei Bitcoin ist, es zwingt einen nicht so schnell wie unser Fiat-Geld, irgendwas zu konsumieren oder zu kaufen. Aber auch, weil es nicht geht. Auch, weil es nicht geht. Ja, also tatsächlich habe ich, ich war letztes Wochenende auf einer Veranstaltung in der Schweiz, einer Konferenz. Und da hat man vom Veranstalter eine Karte bekommen. Da waren 10.000 Satoshis drauf. Satoshi sind die Untereinheit von Bitcoin, kann man sich wie Eurocent beim Euro vorstellen. Und 100 Millionen Satoshi sind ein Bitcoin, so wie 100 Euro Cent ein Euro sind. Und 10.000 Satoshi waren da drauf, also weniger Euro. Und damit habe ich ein Wasser gekauft. Okay, dann stelle ich nochmal eine Frage. Und was war das Teuerste, was du dir jemals mit Bitcoin gekauft hast? Das weiß ich nicht. Ja, als ob. Ja, ich bin total neugierig, weil ich hatte einen Freund von mir, der meinte, er hätte sein Auto mit Kryptos bezahlt. Er hat es nicht in Kryptos bezahlt, sondern er hat halt sein Geschäft gemacht offenbar. Und davon konnte er sich dann ein Auto leisten, was ich schon ziemlich cool fand. Da hat er offenbar dieses ganze Auf und Ab gut gemacht. Also man kann davon, ich will hier überhaupt gar keine Beratung abgeben, um Gottes Willen, das ist nur hier eine Geschichte einfach von einem Freund und fertig. Vielleicht an der Stelle. Ich glaube, dass Bitcoin zu Unrecht häufig in diese ganze Trading-Thematik gesteckt wird. Das liegt auch daran, weil auch in diesem Bereich sehr gute Kommissionen an die Affiliates bezahlt werden. Und wenn ich sage sehr gut, dann wahrscheinlich gibt es keinen Bereich weltweit, der bessere Werbebudgets bezahlt, als dieser Bereich, der Trading-Bereich. Also es ist wirklich immens. Denn beim Traden kauft man eigentlich gar keine Kryptowerte, sondern man kauft die Wette auf die Kryptowerte. Die werden auch anders besteuert. Das wissen auch viele gar nicht. Also da kann man auch in eine ganz, ganz böse Steuerfalle rennen. Die Sache ist aber, dass bei diesen Wetten meistens Hebel eingesetzt werden. Das heißt, ich setze 1000 Euro ein als Beispiel. Und wenn ich jetzt einen 100er Hebel setzen würde, dann heißt das auch, wenn der Kurs nur 1% nach oben geht, habe ich mein Geld verdoppelt, weil ich durch den 100er Hebel 100% Gewinn habe darauf. Geht der Kurs dann 1% nach unten, dann habe ich aber 100% meine Einlage verloren. Und für diese Leihgaben, diese Hebel, werden halt horrende Gebühren gezahlt. Das weiß der Nutzer meistens selber gar nicht, weil das geht dann in dem Trade somit unter. Und der Affiliate kriegt davon einen riesigen Anteil. Häufig die großen Affiliates, 55, 60, 70% von den Gebühren. Und das ist so viel, dass die Top-Trading-Kanäle, die wirklich so die Größenordnung haben wie unser Kanal, in 2021, wo der Hype da war, pro Woche eine Million gemacht haben. Also das geht dann so ein... Da konnte man wirklich mit reich werden. Und das hat man ja auch gesehen. Da gab es ja die ganzen Crypto-Dudes. Das ist schon fast ein Meme geworden. Absolut. Und das Interessante ist, diese Leute verdienen selber mit dem Trading meistens gar kein Geld. Also die verdienen meistens eben an ihren Zuschauern und locken damit so Sachen. Ja, risikolos hebeln und so. Und das klingt dann auch immer alles logisch. Die Realität ist, dass häufig zum Beispiel die Plattformen auch gar nicht so stringente Regeln haben. Zum Beispiel kann es passieren, dass wenn der Kurs gar nicht auf der Plattform ein Prozent abrutscht, sondern auf einer anderen Plattform, die das aber als Marker nehmen und dich trotzdem liquidieren. Und solche Dinge. Es ist sehr risikohaft und gleicht eher einem Casino als der Vision oder der Idee hinter Bitcoin. Und deswegen finde ich immer, das ist immer sehr gefährlich, dass die Welt da draußen dieses ganze Trading-Thema alles mit in einen Topf reinwirft zu Crypto und vor allem auch zu Bitcoin. Also hat dieser ganze Crypto-Hype, den wir ja nach auch diesem Anstieg von Bitcoin gesehen haben und diese ganzen Coins, die da auf den Markt gekommen sind, nicht unbedingt Bitcoin geholfen? Nee, genau. Also ich glaube eher, dass das negativ behaftet ist am Ende, so ein bisschen dadurch, dass sehr viel Geld dabei verbrannt wird. Aber am Ende schlimm für Bitcoin ist es auch nicht. Also wenn das schlimm für Bitcoin wäre, dann ist Bitcoin nicht so gut. Also ich glaube einfach, die Menschen brauchen diese Zeit, die müssen Erfahrungen machen und das gehört damit zu. Ich weiß, du sprichst jetzt nicht über deine Anlagegüter, aber ich stelle die Frage trotzdem, du musst ja nicht antworten. Aber wenn du ja so auf Bitcoin setzt, also rein gedanklich, sage ich jetzt mal, denkst du trotzdem noch, dass Diversifizierung wichtig ist? Ich meine, offensichtlich benutzt du Bargeld. Du hast am Anfang gesagt, du bezahlst auch manche Dinge noch bar. Okay. Aber glaubst du, dass dann so andere Sachen wie jetzt Aktien oder Gold, Silber, was auch immer, auch gut sind, wenn man sich so einen Mix zusammensetzt oder würdest du alles dann auf Bitcoin setzen? das soll keine Anlageberatung sein, das interessiert mich nur. Ja, das ist immer die Frage. Ich glaube, das kommt auf den Anwendungsfall, an den man hat und die Zeitpreferenz, die man hat. Also Gold hat ja gute Eigenschaften. Das ist ja auch genau der Grund, warum wir seit 5000 Jahren Gold auch als Anlageobjekt benutzen oder zeitweilig sogar als Geld benutzt haben. Aber Gold ist auch in seiner Eigenschaft ein Stück weit gescheitert, gerade in der digitalen Zeit. Die digitale Zeit bringt ein Problem mit sich, was wir Menschen uns durch Vertrauensparteien so ein bisschen aus dem Weg geschafft haben. Das ist das Orakelproblem. Das Orakelproblem bestimmt eigentlich, dass wir alles, was wir digital haben oder versuchen knapp zu machen, immer nur knapp gehalten wird durch ein vertrauendes Organ. Also beispielsweise kann ich jedes Lied, jede MP3 so oft kopieren, wie ich möchte. Und das heißt auch, jedes Zertifikat, was erstellt wird, braucht immer eine Vertrauenspartei, weil alles, was digital passiert, ist einfach auf Knopfdruck erstellbar und hat eigentlich keinen Wert, keine Knappheit, keine Seltenheit. Und das ist ein riesengroßes Problem, weil unsere ganzen Märkte mittlerweile nur noch digital passieren. Und das heißt, wenn wir uns anschauen, wie viel Gold gehandelt wird weltweit, wie viel Öl, wie viel Holz oder welche Güter und Rohstoffe auch immer, dann handeln wir eigentlich Schall und Rauch, weil wir gar nicht wissen, ob es das physikalische Pendant zu diesen ganzen gehandelten Gütern überhaupt gibt, weil vieles davon eben einfach Zertifikate sind. Und diese Zertifikate machen den Preis, weil Angebot und Nachfrage den Preis bestellen. Außer man hat den Krügerrand oder den Goldbarren, oder? Wenn man es physisch hat. Naja, also stellen wir uns vor, es gibt auf der Welt nur einen Goldbarren. Und wir haben den aber digital hunderttausendmal erstellt. Einer besitzt den Goldbarren und alle anderen handeln die hunderttausend Goldbarren, die es digital gibt. So, dann hat der, der den Goldbarren hat, trotzdem einen Preis, der sich von dem Supply, von der Menge ausmacht, die digital gehandelt wird. Okay, ja, aber das ist so theoretisch. Ich finde sowieso, ich habe ja auch viele Interviews gehört, es werden immer so theoretische Beispiele angenommen, die in der Praxis niemals so sein werden. Das ist halt so typisch Ökonomie, VWL, Ceteris Paribus, wo ich mir dann denke, das war auch für mich immer schwierig. Ich so, die Welt ist nicht so. Doch schon, doch schon. Aber das sehen wir halt nicht unbedingt. Aber es gibt ja nicht jemanden, der einen Goldbarren hat und dann werden irgendwie 100 oder eine Million digitale Zertifikate gemacht. Das, doch, davon geht man schon aus, dass der digital gehandelte Markt deutlich aufgeblähter ist als das reale Supply. Das ist eigentlich schon bekannt. Darf ich dann, weil wir jetzt bei Gold sind und wenn wir über diese digitalen Zertifikate sprechen. Ich weiß zum Beispiel, es gibt irgendwie ein Coin und ich vergesse, wie er heißt, vielleicht weißt du das, der, wenn du ihn kaufst, dass der mit Gold hinterlegt wird. Das wäre ja theoretisch... Da gibt es mehrere Versuche in die Richtung. Okay, okay. Das wäre ja theoretisch etwas, wovon du jetzt gerade sprichst, weil wir natürlich nicht wissen können, dass die wirklich Gold hinterlegen. Aber das betrifft eigentlich jeden Goldmarkt tatsächlich. Also, dass jedes Mal, wenn wir Gold kaufen an der Börse und das irgendwo halten oder bei Trade Republic oder sonst wo, dann passiert genau das. Außer ich habe das physische Gold, oder? Genau, genau. Aber nichtsdestotrotz ist ja der Preis des physischen Goldes am digitalen Markt entstanden. Okay, verstehe. Und die Besonderheit ist aber eigentlich, wir haben noch ein viel besseres Beispiel als Gold. Wir haben eigentlich, das beste Beispiel ist unser Fiat-Geld. 1971 gab es noch, war es noch so Fractional Reserve, heißt es. Man hat damals das Bretton Woods-Abkommen gehabt. Das war ein Goldstandard. Das heißt, jedes Mal, wenn Gold in die Zentralbank hinterlegt wurde, konnte man dafür Dollarnoten drucken. Und immer nur, wenn Gold hinterlegt wurde. Das war die Regel. Und in der Form war eigentlich die Dollarnote wie ein Goldzertifikat, was man bei der Bank wieder gegen Gold eintauschen konnte. Und dann irgendwann ist man angefangen und hat gesagt, naja, jetzt braucht man nur einen halben Barren in die Bank legen und kriegt dafür eine ganze Dollarnote. Und so wird das eigentlich immer weiter aufgeweicht. 1971 hat Richard Nixon, der damalige Präsident der USA, hat Krieg geflöht gegen den Vietnam und hat sich ziemlich verausgabt. Und man hat das Bretton Woods-Abkommen damals geschlossen, damit alle möglichen Länder miteinander Handel treiben können und ein Geld haben, auf das sie sich einigen können, wo sie Preise denominieren können. Also, dass man, wenn man nach einem Barrel Öl fragt, nicht 20 Preise kriegt, sondern einen Dollar Preis. Und das heißt, alle diese Länder wollten Dollar haben, um Handel treiben zu können und haben irgendwann mal den Amerikanern ihr Gold gegeben, damit das in der Zentralbank lagern kann und die Amerikaner Dollar drucken und man das benutzen kann. 1971, als dann der Vietnamkrieg im vollen Gange war und man so langsam gemerkt hat, Richard Nixon vorausgabt sich da sehr und nehmt da ein bisschen über seine Verhältnisse, sind die Franzosen und die Niederländer mit ihren Schiffen in den Hafen der Amerikaner eingefahren und haben diese Schiffe voll mit Dollarnoten gehabt und haben gesagt, Nixon, wir haben dein Geld, bitte gib uns unser Gold wieder. Da hat Nixon gesagt, ist jetzt ganz schlecht, geht gerade nicht so gut, temporär beenden wir das jetzt mal, ihr kriegt kein Gold, ihr kriegt noch mehr Dollar und haut wieder ab, was haltet ihr davon? Und das ist dann genauso passiert und tatsächlich war das die Einläutung des Fiat Standards, der bis heute hält und das ist so Wahnsinn. Allein in der Corona-Pandemie hat die USA ein Drittel des gesamten Geldes, was es gibt, erschaffen. Das heißt, jeder Dritte jemals erschafften US-Dollar ist in den letzten drei Jahren erzeugt worden und das können die machen, weil es eben diese Bindung nicht gibt und weil dort eben vor allem durch die digitale Zeit so ein Orakel-Problem herrscht, bei dem wir den Zentralbanken in diesem Fall vertrauen müssen. Und wenn man das aber eben nicht nur auf den Dollar bezieht, kann man das auf alle digitalen Güter beziehen. Das ist die Besonderheit und das ist auch etwas, was viele nicht verstehen. Die denken immer, die drucken Geld, die drucken alles. Das ist die Besonderheit und Bitcoin ist hier eine Innovation, weil das, was Bitcoin geschaffen hat, ist überprüfbare Knappheit. Die hat es vorher so noch nie gegeben und diese Knappheit wird nur geschaffen, weil wir in der Realwelt physikalische Leistungen aufbringen müssen. Also wir haben einen tatsächlichen Anker zwischen Realwelt und digitaler Welt, weil nur wenn wir in der Realwelt gearbeitet haben, gibt es dafür Bitcoin in der digitalen Welt. Und das ist die Besonderheit, die es vorher noch nicht gab. Und das ist die eigentliche Innovation, die Revolution oder eher gesagt Evolution, weil wir ein digitales Gut haben, was mit physikalischer Leistung erstellt wird. Und das gab es vorher nicht. Es gibt ja die ökonomische Theorie, die MMT, ich weiß, du hast dich damit auch auseinandergesetzt, zumindest im Interview, die mir ja besagt, dass die Geldmengenausweitung grundsätzlich kein Problem ist. Und somit, dass da nicht unbedingt realwirtschaftliche Güter dahinter stehen, zumindest nicht in dem Moment, ist kein Problem. Ich schätze, du siehst das wahrscheinlich anders. Ja, natürlich. Okay. Und jetzt hast du dann weiterführend noch gesagt, dass bei Bitcoin zumindest immer ein physikalischer, realwirtschaftlicher Wert dahinter steht. Wie genau? Wie genau ist das gemeint? Vielleicht kannst du das nochmal erklären. Genau, um Bitcoin zu erstellen oder Bitcoin überhaupt verschicken zu können, müssen die Miner ihre Arbeit machen. Und Mining ist eigentlich ein Um-die-Wette-Würfel. So könnte man sich das vorstellen. Und es ist einfach so, dass so Miner, die finden pro Sekunde 1,5 Billionen neue Blöcke oder Milliardenblöcke. Also es kommt aufs Gerät an. Aber das Besondere ist einfach, die würfeln sehr schnell, sehr viel. Und das braucht viel Rechenleistung. Und je mehr Teilnehmer da sind, desto mehr versucht das Netzwerk, die Chance, dass man richtig würfelt, zu verringern. Das ist die sogenannte Difficulty, eine Schwierigkeit. Das heißt, egal wie viele Miner wir haben, es wird immer in etwa im Durchschnitt alle 10 Minuten ein Bitcoin-Block gefunden, in dem dann Transaktionen aufgenommen werden können. Und das heißt, nur wenn wir physikalische Arbeit haben, wird ein neuer Block gefunden und damit auch neue Bitcoin gefunden und auch Transaktionen ausgeführt. Also diese physikalische Arbeit, die in dem Rechner im Endeffekt stattfindet. Genau, aber wir brauchen jetzt trotzdem Strom. Also wenn wir das mal auf die physikalische Ebene bringen, es gibt die Thermodynamik. Und bei der Thermodynamik ist es so, dass Energie nie verschwendet wird oder nie verbrannt wird, wenn man so möchte, sondern Energie handelt sich immer nur um in verschiedenen Energieformen. Zum Beispiel von, jetzt wenn ich mich sehr schnell bewege, also kinetische Energie zu Wärme, weil es Reibungen zum Beispiel auf dem Boden gibt. Und das heißt, Energie wandelt nur immer die Formen. Das ist fast esoterisch. Wir bewegen uns jetzt in der Mitte. Nein, das ist tatsächlich sehr wissenschaftlich. Ja, es ist wahr, genau. Es ist nicht esoterisch. Es ist tatsächlich wahr. Das Interessante ist aber, wir können also jetzt mit dem Strom diese Energie in alle möglichen anderen Dinge umwandeln. Also wir Menschen sind auch nur Energieumwandler. Wir essen unser Essen, Butterbrote und so weiter und die ganze Energie, die in uns steckt, die benutzen wir, um Gedanken zu fassen, Worte zu sprechen oder handwerklich tätig zu werden. Also wir sind auch eigentlich nur Energieumwandler, wenn man so möchte. Und dementsprechend die Meiner auch, die wandeln Energie in Rechenoperationen oder eigentlich sogar in Wärme um, weil 100 Prozent der Energie, die reingeht, wird danach 100 Prozent Wärme und benutzen das eben, um Rechenoperationen in Bitcoin anzuwenden. Aber es braucht eben diesen Energieumwandlungsprozess, wenn man so möchte, also Arbeit. Energieumwandlung ist Arbeit, wenn man so möchte. Das mit dem Minen finde ich interessant. Ich habe ein paar Sachen dazu gelesen. Ich glaube, dir wurde die Frage gestellt, ob man mittels dieser Mining-Rechner auch seine Bude heizen kann, aufgrund dieser Heizkosten-Thematik hier in Deutschland. Und darüber machen sich tatsächlich Leute Gedanken. Aber es ist anscheinend nicht das Beste, weil die Strompreise sehr hoch sind und weil es sehr laut sein soll, wenn es nicht gerade gedämmt ist. Man kann es dämmen, genau. Aber ich glaube, da ist noch eher die Frage, also manche werden gut heizen können mit Mining. Beispielsweise, wenn ich eine PV-Anlage auf dem Dach habe, die manchmal Strom überproduziert, den ich gar nicht brauche, dann kann ich den jetzt einfach nur ins Netz zurückspeisen. Bei Bitcoin kann ich daraus Bitcoin machen, als Abfallprodukt. Das haben die doch in Texas gerade mit so einer Windfarm gemacht. Das habe ich heute erst auf Twitter gelesen, dass der überschüssige Strom, der durch die Windkrafträder generiert wird, dann in so einen riesen Minefield geht, wo irgendwie dann halt diese Blocks, diese Block, wie sagt man das richtig? generiert werden? Ja, Blocks, Blöcke. Blöcke generiert werden, ja. Okay, ich habe jetzt noch eine Frage und ich habe ein bisschen Angst, dass die dumme ist, aber das ist etwas, was ich nicht ganz... Es gibt keine dummen Fragen. Ja, sagt man immer, ne? Aber genau, also ich habe verstanden, Bitcoin ist begrenzt, 21 Millionen, wir sind gerade bei 90 Prozent, nächstes Jahr ist es Halving, darüber sprechen wir gleich noch, ja. Wenn aber durch dieses meinen immer neue Blocks generiert werden, ich verstehe nicht ganz, wie man dann dieses knappe Gut, also diese Begrenztheit gewährleisten kann. Das habe ich nicht verstanden. Ja, dann kommen wir jetzt einfach zum Halving. Okay, gut, danke. Also am Anfang war es so, in den ersten vier Jahren, in denen es Bitcoin gab, ist die Hälfte aller möglichen Bitcoin erschaffen worden. In jedem Block, der erschaffen worden ist, durfte sich ein Miner eine Transaktion eintragen, die an ihn selber geht, bei der er 50 Bitcoin an sich auszahlen darf. Und diese 50 Bitcoin, die halbieren sich alle vier Jahre oder eigentlich eben alle 216.000 Blöcke, das bedeutet circa alle vier Jahre und 210.000 Blöcke, Entschuldigung. Und das heißt, im Endeffekt, wenn wir jetzt die Perioden weiterspinnen, sind wir nämlich jetzt bei 6,25 Bitcoin, genau, und ab der nächsten Periode sind wir bei 3,125 Bitcoin. Das heißt, das ist nächstes Jahr, 2024. Genau, 2024, 2020 war das letzte Halving und innerhalb dieser Periode gibt es dann eben jedes Mal nur noch halb so viel Supply, halb so viel Supply und am Ende, ich habe ja vorhin schon mal diese Nachkommastelle Satoshis angesprochen, diese Untereinheit, wenn in der Blockchain das letzte Satoshi quasi dann halbiert wird, kann die Blockchain einfach nichts Kleineres darstellen und dann ist null, also dann gibt es keine neuen mehr. Dann gibt es tatsächlich technisch gesehen diese Halving-Events noch, die haben ja keine Wirkung. Und kann man dann noch meinen? Ja, klar, doch, natürlich. Aber wenn man dann weiter meint, es darf doch nicht mehr entstehen. Genau, also man meint neue Blöcke, dann darf es sich aber keinen neuen Bitcoin auszahlen. Ach so, und was sind dann diese Blöcke? Die Blöcke kann man sich eigentlich vorstellen wie Kassenbücher. Also die Blöcke definieren oder in den Blöcken stehen dann die Transaktionen der Leute drin. Ach so, und die können dann Gebühren. Ach so. Die zahlen dann Gebühren. Also das heißt, das sieht man heute schon, also die Mining, also machen wir es mal ganz einfach, der Miner, der macht jetzt seine Arbeit und der wird aus zwei Quellen bezahlt. Die eine Quelle, die der Miner als Einnahme hat, sind aktuell noch neu erschaffene Coins, also quasi Inflation. Die andere Quelle sind Transaktionsgebühren. Und jeder Block ist nur begrenzt groß. Den kann man sich vorstellen wie ein Paket. Man will das Paket voll machen und merkt, jemand ist voll, jetzt geht nicht mehr rein, jetzt müssen wir nur schauen, dass das Paket auch gültig ist. Und wenn wir ein gültiges Paket gefunden haben, zeigen wir es allen. Alle sagen, ja, ist in Ordnung. Dann wird es hingestellt, an die anderen Pakete angereiht, also so eine Kette gebildet, deswegen auch Blockchain. Und in dem Moment ist dann in dem Paket eine Transaktion drin, wo der Miner sich die aktuell noch neuen Coins auszahlen kann, plus aber die ganzen Transaktionsgebühren der anderen, die auch mit da drin liegen. Und das heißt, was wir heute schon sehen, der Ansturm auf die knappe Menge, auf den knappen Block Space, der ist so groß, dass jetzt schon Transaktionsgebühren von über einem Bitcoin pro neuen Block anfallen. Und es wird jemandem in den Zeitpunkt geben, da sind die neuen Coins, die der Miner bekommt beim Minen, deutlich geringer vom Anteil her, von diesem Block Reward, wie eben der Anteil, von denen die Transaktionsgebühren bezahlen. Und das ist ein Switch, den wir jetzt so langsam, geht es in diese Richtung. Und das heißt, in 120 Jahren, wenn ihr letztes Satoshi gefunden habt, bezahlt also eigentlich nur noch jede Transaktion die Miner und nicht mehr die neu erschaffenen Coins. Das heißt, wir haben diese Halvings noch über die nächsten 120 Jahre. Ah, okay. Weil das dann immer noch, ich verstehe schon. Die Kurve wird so klein, so knapp. Genau, und dann wird es immer kleiner und hinter den Nachkommastellen wird es halt noch marginal. Ich habe auch was Lustiges gelesen und zwar, Miner beschweren sich darüber, dass halt sie weniger Geld für ihre Arbeit kriegen und dann haben sich zwei Miner zusammengetan, das waren, glaube ich, zwei Deutsche, Marcel und Uwe oder so und die haben eine Miner-Gewerkschaft gegründet. Okay. Ich habe das jetzt dann nicht weiter geprüft, aber ich fand das irgendwie lustig, weil für mich passt das nicht so richtig zusammen. Nee, das passt auch nicht zusammen. Das ist aber ein gutes Beispiel dafür, dass nur weil jemand Mining betreibt, er Bitcoin nicht unbedingt verstanden haben muss. Also, weil Mining zu betreiben ist tatsächlich sehr einfach. Im Zweifelsfall ist es den Miner anstellen, dem deine Bitcoin-Adresse nennen und Strom reinstecken und dann kommt Bitcoin raus. Also, dafür muss man Bitcoin nicht verstanden haben und eine Gewerkschaft wird wenig bringen, weil Gewerkschaften sind soziale Konstrukte, die immer nur in Form eines staatlichen Konstruktes funktionieren und Bitcoin obliegt keiner Staatlichkeit. An wen will man den Anspruch stellen? Genau, das ist das Lustige. Das habe ich mich auch gefragt. Ich so, wer ist dein Ansprechpartner? Es gibt keinen Bitcoin-Chef. Genau. Also, es ist ja komplett tatsächlich dezentral und das ist ja auch, was die Leute so feiern und ich glaube auch, was du so feierst, weil wenn ich das so verstanden habe, auch über deine Interviews und so weiter, dann, ich würde jetzt aus meiner Warte heraus sagen, du bist tendenziell antietatistisch, ja, also eher für weniger staatliche Interventionen und so weiter und so fort, also im Schnitt, ja, also im deutschen Schnitt gewiss. Ja, du guckst dich jetzt so an und willst gar nichts dazu sagen, du magst keine Labels, aber ja, dass da schon auch ein gewisse, wenn man Bitcoin wirklich als zukunftsträchtig betrachtet, und wirklich in seiner Gesamtheit, so wie du das ja auch siehst, ja, nicht nur digital, sondern ökonomisch und sogar physikalisch, ja, der physikalische Hintergrund, dass du das insgesamt betrachtest und es auch mit deiner Art und Weise, wie du die Welt siehst, auch irgendwie zusammenpasst, ja, also, aber du sprichst auch von Verantwortung, man muss sich selbst ermächtigen, Dinge zu verstehen, ja, also so habe ich mir das zumindest zusammengereimt. Ja, ich versuche tatsächlich das zu tun, was die Wissenschaft nach Auffassung der österreichischen Ökonomen tut, ich versuche weitestgehend nur zu beobachten, das heißt nicht, dass ich gar keine eigene Meinung habe, aber ich versuche meine eigene Meinung weitestgehend komplett in den Hintergrund zu stellen, weil die eigentlich gar nicht relevant ist, also viel wichtiger ist ja, wir beobachten einen Sachverstand und Schlussfolgernd daraus und was wir daraus machen, ist Schall und Rauch, also das ist für uns einfach nur eine Erkenntnis, so wie, dass diese beiden eine Gewerkschaft gegründet haben und scheinbar nicht verstanden haben, wie Bitcoin funktioniert, das ist einfach nur eine Erkenntnis und das ist ganz ohne Wertung, ob ich das jetzt doof oder schlau finde, ist also erstmal nebensächlich, von daher würde ich gar nicht sagen, dass ich Antistaat bin oder sowas, sondern ich stelle halt Beobachtungen an und Aber du ziehst ja deine Schlüsse. Genau. Und auch wenn du, allein die Tatsache, dass du ja von der österreichischen Schule sprichst, verrät mir ja schon, dass du diesbezüglich schon ein bisschen, ja man würde jetzt so umgangssprachlich Red Pill sagen, also dass du schon anders denkst, als was hier so gängig ist. Ich glaube, dass wir einfach leider viele Dinge heute in der Gesellschaft fehlinterpretieren, weil wir häufig Verantwortung abgeben. Beispielsweise, wo es mir so ein bisschen die Nackenhaare natürlich aufstellt, ist, wenn ich sowas höre wie Trust the Science. Also der Wissenschaft zu vertrauen ist ganz schlecht, weil ehrlich gesagt, ist Wissenschaft ein Zustand von einer aktuellen Erkenntnis, die unter Umständen, wenn wir was Neues erkennen, über Borg geworfen ist. Also zu sagen, Trust the Science, was das Beste ist, was wir gerade wissen, ist nicht unbedingt immer das Richtige. Und man kann wissenschaftlich sehr gut erklären, dass es schwierig ist, zentral mehrere Informationen zu verarbeiten. Beispielsweise das Wetter ist ein gutes Beispiel. Nach nur drei Tagen ist die Wetterprognose bei über 50 Prozent Invalide. Das heißt, warum ist das so? Obwohl wir heute so viele Technologien und Möglichkeiten haben, Wind stärken und alles miteinander in einen Topf zu werfen, zu berechnen und daraus Wetterdaten zu erzeugen. Naja, es ist so, weil jedes kleine Blatt, was an einem Baum hängt oder sonst wo, irgendwie einen Einfluss mit auf das Wetter hat, wenn er noch so klein ist. Dieser Schmetterlingseffekt. Und wir können diese Vielzahl an Dingen nicht alle berechnen. Das kann man zentral einfach nicht. Das heißt, zentrale Informationsverarbeitung ist immer ineffizienter wie dezentrale Informationsverarbeitung oder der freie Markt. Weil das Wetter ist der freie Markt. Und das heißt halt, ja, das ist ganz komisch, aber es ist halt so. Aber darauf hinzuplanen ist eben nicht so einfach möglich. Und sich aber auf diese Art von Wissenschaft zu beziehen, die nicht nur Wetterdaten für drei Tage plant, sondern das Leben für Millionen, Milliarden von Menschen über Jahre hinweg, dann versteht man, wie viel Fehlallokationen da wahrscheinlich passiert und wie ungewiss das ist und wie viele Probleme es erzeugen kann. Und ich glaube halt, es ist wichtig, dass den Menschen das bewusst wird, dass sie selber ein handelndes Organ sind. Eins von diesen Blättern, die alles bewegen können und dass wir eben immer, wenn wir das an eine zentrale Partei abgeben, unter Umständen Ineffizienzen haben. Wir gewinnen vielleicht andere Dinge, das mag sein, aber wir gewinnen auch ganz viel Ineffizienz und das ist sehr gefährlich. Jetzt muss ich natürlich sofort, hat es bei mir geklingelt, wenn du sagst Wetter, dann denke ich sofort an das Klima und die Modellierungen, die total problematisch sind, weil es super schwierig ist, wenn du schon sagst, die Wettervorhersage ist schon schwierig, wie kann man das Klima vorhersagen? Und trotzdem erwähnst du oft in den Interviews ja auch Bitcoin, weil es wird ja so als Stromfresser bezeichnet und ist schlecht für die Umwelt, das war ja auch so ein gängiges Argument und dann versuchst du natürlich ein anderes Argument mit reinzubringen, das Bitcoin könnte ja auch irgendwie lösen, irgendwie die Klimakrise oder was auch immer. Das heißt, jetzt möchte ich nämlich gerne wissen, wenn du sagst, ja, es ist schwierig, Dinge zentral vorherzusagen, ich würde das aufs Klima auch anwenden, ja, dieselbe These und gleichzeitig sagst du aber, Bitcoin könnte ja die Klimakrise lösen. Wie passt das zusammen? Du hast es nicht so formuliert, das gebe ich zu, aber ich habe es jetzt nur mal vereinfacht runtergebrochen. Ja, also ich würde sagen, das, was wir uns als Klimaziele stecken, da kann Bitcoin unterstützen. Okay. Also die politischen Ziele, die im Raum stehen, ja, so mit der CO2-Neutralität und so weiter, da könnte quasi Bitcoin helfen. Ja, also CO2-Neutralität finde ich zum Beispiel ganz schwierig. Ist ein Ziel. Genau, aber das finde ich halt schwierig, weil im Endeffekt, wie will man feststellen, ob wir CO2-neutral sind und wie will man feststellen, ob wir Menschen nicht trotzdem irgendeinen Impact auf die Abnutzung der Erde haben und im Zweifelsfall, was heißt das, sollen wir uns alle nur noch schlafen legen, damit es bloß kein CO2 mehr von uns dann gibt oder so. Auch dann gäbe es noch CO2, weil wir atmen ja noch. Genau, ja. Auf der anderen Seite muss ich auch ehrlich sagen, finde ich das Thema zu schwierig, um mich dort zu positionieren, weil ich zu wenig Ahnung davon habe. Ich weiß, dass natürlich gewisse Dinge problematisch sind, wenn wir jetzt Atomkraft und fossile Brennstoffe abschaffen, dann brauchen wir Alternativen, das ist ganz klar. Und diese Alternativen unterliegen neuen Problemen. Das sind nun mal andere Technologien. Und bei diesen Alternativen, gerade regenerativen Energien, da sind wir natürlich wieder beim Wetter und der Unvorhersehbarkeit, entstehen Volatilitäten. Das heißt, um den Bedarf, den wir Menschen an Strom haben, decken zu können, müssen wir so viel bauen, dass selbst in Phasen, wo wir wenig Wind haben, der Strombedarf gedeckt ist. Also heißt das aber im Umkehrschluss, dass in den Phasen, wo wir wenig Strom brauchen und viel Wind da ist, dass wir überproduzieren. Und das verkraftet unser Netz nicht. Das kann Bitcoin unterstützen. Aber nur die Überproduktion, richtig? Ja, weil eigentlich kann sich Bitcoin-Mining nicht wirklich mit anderen Industrien messen, weil die einfach mehr bezahlen für den Strom. Also Bitcoin-Mining lohnt sich jetzt gerade vielleicht bis 6, 7 Cent oder sowas und normaler Strom... Pro Kilowattstunde, meinst du? Pro Kilowattstunde, ja. Wo sind wir gerade im Stromkreis? Weißt du das? Ich weiß es leider gar nicht. Es kommt drauf an. Also der Stromerzeuger kriegt vom Stromnetzbetreiber 10 Cent. Das heißt, er würde schon eher dem Stromnetzbetreiber den Strom geben als Bitcoin-Mining. Aber es gibt den Fall, dass der Stromnetzbetreiber tatsächlich sagt, kein Strom mehr liefern oder verkaufst mit Negativpreis ins Ausland. Dass man die Kilowattstunde ins Ausland liefert und stattdessen einen Cent noch drauf bezahlt. Und in dem Moment kann ich besser Bitcoin-Mining betreiben. Ganz einfach. Und Bitcoin-Mining ist deswegen so gut, weil wir sprechen zwar davon, über Speichertechnologien, Wasserstoff und so weiter zu haben. Das sind gewaltige Anlagen, die müssen sich erstmal rechnen und auch lohnen. Und die kann man auch nicht überall hinbauen. Und vor allem gibt es ja verschiedene Jahreszeiten, verschiedene Phasen. Also hier bei uns in Deutschland weniger, aber vor allem in Ländern, wo die Hydro-Zeit so viel Wasserkraft anfällt oder so. In der Zeit, wo dann eher wiederum Solar anfällt. Das heißt, man muss auch irgendwie mobil sein. Und da ist Bitcoin auch super, weil ich kann so ein Bitcoin-Mining-Container einfach von der einen Stromquelle zur anderen fahren, wenn sich da eben jetzt eine andere Zeit anbahnt. Die Frage ist ja, wer hätte Interesse daran? Also sowas wäre jetzt in dem System, in dem wir aktuell sind, wäre ja eine staatliche Entscheidung, die da getroffen wird. Ein Stück weit. Weil wer soll es denn sonst entscheiden? Ja, da muss man mal fragen, wie entstehen staatliche Entscheidungen? Also im Endeffekt muss die Lobby dem Staat bewusst machen, dass wir das brauchen und wollen. Was ja in Deutschland oder zumindest in den europäischen Ländern nicht von Interesse ist. Aktuell würde ich behaupten. Wir haben, El Salvador hat Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel eingeführt, dann die Zentralafrikanische Republik für ein Jahr. Jetzt haben sie es irgendwie wieder geändert. Das war aber sowieso shady, das Projekt. Ah ja, okay. Das heißt, anderthalb Länder, will ich jetzt mal sagen. Das ist ja jetzt die 192 Länder, die es auf der Welt gibt. Laut UNO ist ja nicht so viel. Wir haben ja auch Autoreifen in unseren Autos und trotzdem sind die Autoreifen kein Geld. Also wir können ja das Bitcoin-Mining Verstehe ich nicht, das Bild. Wir können ja Bitcoin-Mining verwenden, um die Volatilität im Stromnetz aufzufangen, ohne dass es einen Legal Tender dazu gibt. Ach so, okay, verstehe. Ich hätte das jetzt quasi zusammen, wäre das für mich. Genau, das muss ja gar nicht. Also wir können ja erstmal einfach sagen, hey, lass uns unseren Strom effizienter produzieren. Und ich sage dann Klima, weil ich natürlich auch weiß, dass das der Punkt ist, der die Leute interessiert. Wir müssen ja schon die Themen ansprechen, die ja auch die Gesellschaft bewegt und bewegen. Und natürlich macht Bitcoin-Mining auch Sinn, wenn wir es nicht aus dem Klima-Aspekt betrachten, weil es einfach regenerative Energiequellen effizienter macht. Ganz einfach. Und da ist am Ende einfach eine Marktfrage. Und da muss man sagen, ja, wir können jetzt hier Bitcoin-Mining ignorieren und die Länder, die es nicht tun, die werden später einfach profitabler sein und günstigeren Strom produzieren. Ja, wie gesagt, ich meine, in Texas wird es gemacht. Ich weiß jetzt auch gar nicht, in was für einem Konstrukt das ist. Aber ja, ich meine, im Endeffekt löst es ein bisschen diese Speicherproblematik, die man hat. Genau. Also diesbezüglich macht das irgendwie schon Sinn. Ja, da machen auch viele einen kleinen Fehler. Also, was heißt ein kleiner Fehler? Ich glaube, die machen es auch ein bisschen bewusst, aber es ist trotzdem physikalisch falsch. Die sagen, Bitcoin speichert diese Energie, weil ich kann jetzt überproduzieren, nutze die überproduzierte Energie und erstelle damit Bitcoin in Form von Mining. Jetzt bilde ich diese Bitcoin und in dem Moment, wo ich wiederum an meiner Stelle zu wenig produziere, kaufe ich aus dem Ausland mit Bitcoin den Strom wieder ein. Also habe ich den zwischengepackt. Aber physikalisch stimmt das natürlich nicht, weil Bitcoin ist nicht Teil der Thermodynamik. Aber nichtsdestotrotz haben wir einen Puffer. Wir haben einen monetären Puffer für unsere vorangeleistete Arbeit. Und genau das ist Geld. Weil deswegen haben wir Geld auch im Allgemeinen. Wir gehen jetzt arbeiten, weil wir nicht abends nach Hause kommen, sofort alles bekommen, Brötchen und alles, was wir an dem Tag erarbeitet haben, sondern wir speichern mit unserem Geld unsere geleistete Arbeit zwischen, um später diese Dinge zu kaufen. Und dementsprechend hätte Bitcoin da schon so ein bisschen den Geldanwendungsfall. Und das ist für viele so abstrakt, dass sie es gar nicht in dem Moment so verstehen würden wahrscheinlich. Du hast ja gesagt, dass du gerne beobachtest, weil die österreichische Schule eben das auch so propagiert und du beobachtest und hast eigentlich gar nicht so eine Meinung zu allen Sachen. Ich habe die schon, aber die tue ich nicht mal kund, weil die nicht so relevant ist. Okay, okay. Puh, fliege. Okay, verstehe. Du tust sie nicht kund, weil sie nicht so relevant ist. Mich würde trotzdem interessieren, du bist ja hier auch unternehmerisch tätig in Deutschland mit einem sehr, mit einem interessanten, nicht Produkt, aber mit einem interessanten Thema, Bitcoin und so weiter. Fühlst du dich hier in Deutschland damit eigentlich wohl? Wie ist das politisch hier auch? Weil das ist ja eine relevante Frage bei dem Thema Bitcoin. Ja, ich fühle mich wohl, weil ich wahrscheinlich aber auch jemand bin, der die aktuelle Situation noch nicht ganz so schlimm einschätzt. Aber eine Sache gibt es natürlich trotzdem, die Unsicherheit erzeugt und das ist, dass die politischen Entscheidungen sich super schnell verändern können. Und das hat Corona gezeigt. Das zeigt jetzt gerade beispielsweise Wärmepumpen, Heizungen und diese ganzen Dinge. Also es kann durchaus sein, dass nächstes Jahr das, was ich tue, aus welchen Gründen auch immer, regulatorisch verboten wird beispielsweise. Die Gefahr gibt es natürlich schon. Ich habe aber die freie Wahl, zu gehen, wenn ich möchte beispielsweise und mich dazu zu entscheiden, in einem anderen Land das zu machen, was ich mache, weil das kann ich von überall machen. Und ich bleibe ja trotzdem aktuell hier. Was natürlich nicht unbedingt heißt, dass ich auch in Zukunft noch hier bleibe. Das weiß ich aber auch nicht, weil das jetzt zu entscheiden, ist verfrüht. Ich glaube schon, dass die Situation angespannt ist und es gibt auch externe Faktoren, die damit reinspielen. Also wir haben nicht nur in Deutschland ein Fiat-System, sondern global. Das darf man nicht vergessen. Also wo ist es besser? Es ist ein Trade-off. Es ist überall ein Trade-off. Und man muss schon sagen, wir haben hier ein paar Grundbedürfnisse erfüllt, die vielleicht nicht effizient erfüllt werden, aber die erfüllt werden. Und ich glaube auch, dass egal, wie die Situation ist, ab einem gewissen persönlichen Stand trifft einen das nicht mehr so hart. Also beispielsweise, ist es in der Türkei noch lebenswert, bei dieser hohen Inflation, jetzt mit Erdbeben und so weiter? Naja, es kommt drauf an, wo man steht. Wenn ich reich bin, dann ist es in der Türkei für mich wundervoll. Dann habe ich super günstige Arbeitskraft und Essen und alles, was ich brauche. Ein Palast kann ich mir bauen. Wahrscheinlich sogar im Verhältnis günstiger als woanders. Also es ist immer so eine Sache, das ist eine persönliche Präferenz, die dadurch entsteht, wie der eigene Stand ist und ab wann man sagt, so jetzt reicht es mir. Also ich habe zum Beispiel Freunde, die sind sehr folgliche Investmentbanker, die haben ein Privatvermögen von über 100 Millionen und mit denen habe ich über das Thema Auswandern gesprochen und da haben die noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja, warum? Weil die trifft das alles noch gar nicht so sehr. Nichtsdestotrotz kann ich mir schon ausmalen, dass die Situation so schlecht wird, dass auch diese Leute irgendwann sagen, ich gehe jetzt lieber, es reicht. Und dementsprechend kann auch ich mir das irgendwann ausmalen. Nur aktuell ist es noch nicht so, dass ich sagen würde, es ist hier so schlimm, dass es nicht mehr lebenswert ist, weil ich bin auch jemand, ich mag meine Heimat, weil ich da herkomme, weil ich meine, jede Ecke kenne und das gibt mir ein Gefühl von Sicherheit, weil ich einfach, also das ist halt so, ich sage mal historisch, auch bei den Menschen verankert, dass man sagt, ich suche mir immer die gleiche Höhle, weil da weiß ich, hinter dem nächsten Stein ist kein Tiger oder so. Und hier ist es im Endeffekt genauso. Also das muss schon sehr schlecht sein, dass ich mich dazu entscheide, zu sagen, ich möchte hier weg. Und dementsprechend noch ärgert es mich nicht zu sehr. Aber es ist schon natürlich, wenn man sich anschaut, wie viel Steuern wir bezahlen, was damit gemacht wird, wie viel Geld gedruckt wird und trotzdem würde ich halt sagen, gibt es Länder, die sind auch viel schlimmer. Klar, man kann immer sagen, es gibt andere Länder, die schlimmer sind und gleichzeitig würde ich sagen, man muss das Land immer mit sich selbst vor ein paar Jahren vergleichen. Also der Vergleich Deutschland mit der Türkei ist unfair, weil Deutschland ist nicht die Türkei und weiß wer es sah. Aber wie war Deutschland vor 20 Jahren, vor 30 Jahren? Und dann kann man ein bisschen vergleichen. Ich sage auch nicht, dass es so schlimm ist. Ich finde das nur interessant, weil du ja auch immer in den Interviews klar machst, dass du auch nicht an den großen Crash glaubst und dass du auch nicht an diese ganzen Prophezeiungen von den Crash-Propheten glaubst und so weiter. Und jetzt hast du auch deutlich gemacht, dass es eine Frage der Perspektive ist, wie schlecht in Anführungsstrichen es einem geht. In Deutschland haben wir ein relativ hohes Niveau und man möchte natürlich auch gerne da anknüpfen und nicht abgestuft werden. Und ich glaube, manche Leute sind in so einer prekären Lage, dass der Abstieg dann doch irgendwie tatsächlich kurz davor ist. Also so stelle ich es mir zumindest vor. Ja, das ist schon so. Und ich glaube, die Probleme, die wir haben, die können wir nur dadurch lösen, dass wir Eigenverantwortung zurückerlangen. Und ich glaube, das wäre, in dem Moment, wo ich gehe, ist das Signal, ähnlich wie mit meinem Portfolio, haue ich lieber ab, jetzt ist nichts mehr zu retten. Und was gewinne ich, wenn ich alle zurücklasse, die ich gern habe und Menschen, die Hilfe brauchen? Ich gewinne eigentlich gar nichts, außer meine, ja, dass es mir besser geht. Und da ist eben die Frage, wenn wir als Gesellschaft das überstehen wollen, dann müssen wir als Gesellschaft lernen, individuell zu denken. Und ich glaube, dass wir, oder dass das, was ich tue, ein Stück weit das fördert, dass die Menschen, die meine Inhalte regelmäßig schauen, anfangen, sich eben Gedanken zu machen, das Geld eben nicht mehr einem Vertrauensgeld wie dem Fiat-Geld zu überlassen, sondern das Geld in einem harten Geld zu speichern oder eben zu sagen, ich produziere jetzt meine Lebensmittel selber, weil das, was mittlerweile durch Inflation und auch Schwingflation, also Qualitäts, sinkender Qualität in unseren Lebensmitteln passiert, dann möchte ich nicht mehr die Verantwortung abgeben, ich produziere selber oder ich koche mein Essen selber ein oder so. Und ich glaube, am Ende ist das eben der Punkt, der mich auch so ein bisschen hier lässt und auch Mut macht, weil man muss einfach sagen, das, was wir als Community hier in Deutschland mit Bitcoin geschaffen haben, ist schon außergewöhnlich. Also es gibt, also Deutschland hält sogar mit den USA mit, was zum Beispiel Fullnodes angeht, also so Knotenpunkte von Bitcoin, die wir betreiben und allgemein das ganze Sentiment. Also es ist schon eigentlich sehr stark und das gibt mir sehr viel Hoffnung, dass wir es vielleicht sogar irgendwie die Kurve kriegen können. Das finde ich so spannend, weil das habe ich ja auch schon öfters gelesen und gehört, dass Deutschland auch so eine Art Hub ist, was dieses ganze Bitcoin-Thema angeht und das, obwohl immer gesagt wird, dass wir bei dem Thema Digitalisierung und so weiter so weit hinterherhängen, was ja, was das Internet angeht, sogar, das mag ja stimmen, nur ist dieses Thema, was ich schon als sehr fortgeschritten betrachte, ja, dann sich ganz anders zeigt. Genau, die erste Lightning-Transaktion ist hier in Berlin gemacht worden, tatsächlich. Es ist so, dass das dieses Mal vom Individuum ausgeht und eben nicht vom Staat oder von den großen Companies, die vor allem an der staatlichen Entscheidungen hängen oder da auch große Vorteile rausziehen, beispielsweise durch hohe Kredite, die sie bekommen oder Regulierungen, die ihnen zugutekommen, die sie einhalten können mit großen Strukturen, die ein kleiner Dienstleister nicht einhalten kann oder so. Und das zeigt vielleicht, wie gut es ist, wenn man dem Markt solche Dinge überlässt und sie nicht versucht, zentral zu planen. Und genau deswegen sind wir vielleicht so ein starker Hub. Bitcoin ist ein Grassroots-Bewegung. Also ich finde zum Beispiel, Salvador ist interessant zu sehen, definitiv. Aber ist das der richtige Weg, dass dort Bitcoin zum Legal Tender gemacht wurde? Klar, ich finde es gut, dass die Menschen die Option haben. Der Präsident hätte aber auch sagen können, so Dollar darf jetzt gar nicht mehr benutzt werden, nur noch Bitcoin. Das wäre schlecht gewesen. Und am Ende ist es seine Entscheidung. Man kann nur hoffen, dass es weiterhin so gut bleibt, aber es ist eben wieder so ein Central Point of Failure. Und Bitcoin muss eigentlich aus der Gesellschaft nach oben kommen, nicht von oben nach unten. Das ist eben das Wichtige. Und von daher glaube ich auch, dass die Bildung rund um diesen Bereich, wie Geld funktioniert, wie unsere Wirtschaft funktioniert und wie Bitcoin funktioniert so wichtig ist, dass es eben eine individuelle Entscheidung am Ende ist und keine politische. Ja, wie die Wirtschaft funktioniert, wie unser Geld funktioniert, da ist halt die Frage auch ein bisschen, die Frage, das ist eine Glaubensfrage auch. Also es gibt mittlerweile so viele ökonomische Theorien zu dem Thema. Die einen sagen, ja, Schulden machen kein Problem, die anderen sagen, ist ein Problem, Geldmenge, macht Inflation, die anderen sagen, nein, ist überhaupt kein Problem. Also es ist schwierig, tatsächlich da den, jetzt will ich irgendein Sprichwort sagen und mir fällt natürlich keins ein, aber da wirklich so die Wahrheit von mir aus oder ich spreche lieber von der Wirklichkeit, irgendwie das zu finden. Also es ist wahnsinnig schwierig. Ja, vor allem die meisten Dinge sind eigentlich gar nicht so schwierig und werden unnötig komplex gemacht, wodurch es so schwierig ist, die weitere auszufinden. Beispielsweise beim Geld. Es ist eigentlich immer klar gewesen, es stand in jedem Wirtschaftspunkt so drin, dass wenn die Geldmenge hochgeht, auch damit die Preise hochgehen. Und das ist auch logisch, weil das Verhältnis von Menge zu Gütern einfach ungleich wird. Und wenn man jetzt aber hingeht und sagt, man misst die Preise nur noch von ein paar Gütern, eben von dem sogenannten Warenkorb und da schmeißt man eben nur alltägliche Sachen rein und geht dann auch hin und sagt, und wenn du technologischen Fortschritt hast, dann rechnen wir das auch wieder schön, dann rechnen wir das wieder raus, dann hast du am Ende die Situation, du machst mehr Geld, die Preise steigen deutlich weniger als Geldmenge in diesem Warenkorb und wenn da ein Ausreißer bei ist, beispielsweise jetzt der Strom, wie anfänglich, als die Ukraine-Krise losging, der Strom teuer wurde, dann kommt der Staat und sagt, jetzt machen wir noch mehr Geld und subventionieren den Strom. Da geht der runter, das heißt, wir haben mehr Geld gemacht, aber eigentlich sinken die Preise. Ist ja auch logisch. Aber das Gesamt wird einfach immer höher. Und was man dann sieht ist, das trifft dann vielleicht auf Verbrauchsgüter zu, aber die Menschen flüchten auf einmal aus dem Geld, sie wollen es nicht mehr halten und was machen sie damit? Ja, sie kaufen Dinge wie Immobilien und machen Schulden für Immobilien, weil es sinnvoll ist. Schulden fallen mit dem Wert, Immobilien werden immer knapper, weil alle da jetzt auf einmal reinrennen. Das heißt, wenn wir alles mit reinnehmen, also Gold und Immobilien und Waren und so weiter und dann schauen, dann haben wir eine ziemlich gute Deckung von Gelderzeugung und Preissteigerung. Aber wenn wir natürlich nur einen kleinen Bereich des Marktes anschauen, den wir dann auch noch mit weiterem Geld manipulieren, dann ist natürlich irgendwann klar, dass wir ganz viele ökonomische Theorien bauen können, warum und wo Geld geschaffen wird und dass an anderer Stelle Preise sich damit nach unten drücken lassen. Und je weiter wir das eben rauszoomen, kann man schon sagen, immer wenn Geld es schaffen wird, entstehen hier höhere Preise. Und wenn wir uns Sachen, also es gibt beispielsweise eine Seite, die fasst alle möglichen Effekte zusammen und nicht nur Preise. Es ist sehr, sehr interessant. Die Seite heißt WTF happened in 1971.com und die zeigt einfach, wir hatten vorhin schon über das Datum gesprochen, diesen Moment, wo Richard Nixon den Goldstandard beendet hat. Und man sieht einfach, wie alles, also wirklich egal was auf der Welt, an diesem Zeitpunkt einen Knick bekommt. Und das sind keine Grafiken, die sich jetzt irgendein Nerd im Keller ausgedacht hat. Das sind dann Grafiken, die kommen von den Banken, von Zentralbanken, von Instituten und die sind einfach nur aufgelistet. Und man sieht, die Welt war im normalen Schritt und auf einmal gibt es einen Knick da drin und alles dreht völlig durch von der Art und Weise, wie politische Resen gehalten werden und dass das immer schlimmer ist, dass das immer populistischer wird, von der Art und Weise, wie reich und arm die Kluft immer größer wird und vorher sogar das Gehalt der ärmeren Leute eher gestiegen ist als das von den Reichen. Also wir haben eigentlich vorher eine Gesundung dieser ungleichen Geldverteilung gesehen. Und all diese Dinge lassen sich auf diesen Zustand zurückführen. Nur kann man natürlich, wenn man das jetzt immer nur auf so einem kleinen Segment betrachtet, sagen, naja, dann rechnen wir uns das wieder schön, dreimal mit dem Rechenschieber, fünf Excel-Listen und dann passt die Welt wieder. Und wir sehen das gerade in den Systemen, die eben sehr planungsintensiv waren, beispielsweise die Sowjetunion. In dieser Zeit hat es die meisten Ökonomen gegeben, die es jemals gab, weil man braucht überall Leute, die das alles ausrechnen und überall schön rechnen und trotzdem hat es nicht geklappt. Und was sehen wir im Moment? Wir sehen eine absolute Inflation an Ökonomen und an den ganzen Theorien und jeder will sich beweisen und jeder hat wieder eine neue Theorie herausgefunden und es entsteht ein Riesenchaos und keiner blickt mehr durch. Und am Ende bleibt aber eins, die drucken Geld und negative Effekte putzt er an der anderen Seite raus. Und das... Am Ende doch ganz einfach. Wahrscheinlich schon, ja. Zum Schluss habe ich noch eine Frage an dich und zwar würde ich gerne wissen, ob du jemand, der sich eben so intensiv auch mit dieser digitalen Währung beschäftigt, ja, ich nenne es jetzt, da kann man es so nennen, ja? Hast du eigentlich Angst vor der vollständigen Digitalisierung unserer Welt oder glaubst du überhaupt oder denkst du überhaupt, dass es gar nicht dazu kommen würde? Ja, es kann schon dazu kommen. Habe ich Angst davor? Ehrfurcht, würde ich eher sagen. Angst ist immer ganz schlecht. Wenn man angstgetrieben handelt, dann trifft man meistens Fehlentscheidungen. Das ist nämlich ein Riesenproblem. Deswegen muss man eigentlich seine Ängste durch Aufklärung bekämpfen. Nee, ich sehe viele Chancen in der Digitalisierung, sehe aber auch viele Irrwege, die wir gehen können. Und wenn wir eins sehen in der Geschichte der Menschheit, jeder Fehler, der gemacht wird, der kann noch so gravierend sein. Wir versuchen daraus zu lernen und es besser zu machen. Und ich glaube halt, dass wir auch mit der Digitalisierung viele Fehler machen können und auch werden. Auch Fehler, die für Schaden verursachen. Ein Thema ist jetzt gerade die Travel Rule und die damit gestartete Agenda eben, also das ist alles offiziell, das ist jetzt nichts so Verschwörungstheorie, sondern es ist jetzt wirklich, dass man mittlerweile alle Finanztransaktionen nachvollziehen möchte, gerade wenn Dienstleister dazwischen stecken. Also das ist im Kryptobereich sehr bekannt, weil da jetzt die Mika-Verordnung gekommen ist, aber eigentlich orientiert sich diese Mika-Verordnung nur an dieser ganzen Travel Rule-Thematik. Das betrifft eigentlich jeden Zahlungsverkehr. Und was man ja staatlich jetzt versucht ist, eben das Bargeld dann nur noch zum Beispiel bis 1.000 Euro Zahlung legal sein zu lassen und alles, was darüber ist, darf nur noch digital gemacht werden. Also 1.000 Euro Bar sind in Ordnung, alles darüber muss mit Nachweisen passieren, bekommt das Geld ja und so weiter. Und das ist Digitalisierung, die sehr viel Schaden verursachen kann. Historisch immer wieder verursacht, ein relativ junges Ereignis war Afghanistan. Das US-Militär hat dort biometrische Daten von allen möglichen Leuten erfasst, Konfessionen und Besonderheiten. Und als das US-Militär aus Afghanistan abgehorn ist und diese radikale Gruppe das Land übernommen hat, sind denen diese Daten in die Hände gefallen und es hat einen gewaltigen Schaden verursacht für die Menschen, die dort leben. Das heißt, zentrale Datenerfassung ist deswegen gefährlich, weil selbst, wenn unser heutiges System damit nichts Schlimmes vorhat, was aber auch natürlich eine Auslegungssache ist, vor allem, wenn man es individuell betrachtet, kann es einfach sein, dass es irgendwann wen gibt, der an diese Daten kommt, durch ein Hack oder durch eine vielleicht sogar Machtübernahme, wer weiß, und der dann was Schädliches daraus macht. Und schauen wir uns mal so einen Kim Jong-un an, der den Menschen sogar verbietet, Lederjacken zu tragen, kann ich mir schon eine Welt vorstellen, sehr abstrakt und natürlich sehr überzogen, wo man irgendwann sagt, hey, dein Opa, der hat damals grüne Pullover gekauft, ich sehe die Transaktionsdaten und ich bin der Diktator, der alle mit grünen Pullovern oder Leute hasst, die grüne Pullover kaufen. und dann hast du als Nachfahre auf einmal Probleme, weil es diese Daten über deine Vergangenheit, über vielleicht ein Familienmitglied gibt und Kontaktschuld und all diese Sachen. Von daher, ich glaube, dass zentrale Datenerfassung für unser jetziges System scheinbar einen großen Nutzen hat, weil man Geldwäsche und solche Dinge damit verändern möchte, aber einen unfassbar großen Schaden verursachen kann. Und da gibt es historisch unzählige Beispiele aus jeder Zeitepoche und da ist nie was Gutes bei rausgekommen. Das heißt, Digitalisierung kann ganz viel kaputt machen und sehr viel Schaden verursachen, hat aber auch viele Chancen. So was wie AI zum Beispiel sehe ich auch. Natürlich ist das sehr Respekt einflößend, aber ich sehe auch super viele Chancen da drin. Und ich glaube, es ist eben, die Menschen müssen das herausfinden. Die müssen auch immer wieder neu lernen. Ich habe den Eindruck, dass je mehr Zeit vergeht, die Menschen sehr beratungsresistent werden und sehr blind für die Vergangenheit und gar nicht mehr schauen wollen, was ist damals eigentlich wirklich passiert, wie sind Ereignisse zustande gekommen, sondern immer nur sagen, naja, wir sind jetzt 20 Jahre weiter oder 50 Jahre weiter und schauen mal, wie viel schlauer wir jetzt sind. Jetzt machen wir den gleichen Fehler nochmal und erwarten ein neues Ergebnis. Und das ist ja die Definition von Irrsinn, dass man sagt, immer wieder den gleichen Quatsch zu machen und ein neues Ergebnis zu hoffen. Manchmal muss man eine Ehrenrunde drehen. Genau. Ist wahrscheinlich auch menschlich und auch der Blick nach vorne und dass wir auch Fehler machen werden. Ich glaube, das hast du jetzt eigentlich echt auch schön formuliert und dass man trotzdem auf diese Warne auch hören muss eigentlich. Deswegen ist ja auch Diskurs und Debatte tatsächlich so wichtig. Ja, weil eine Gruppe kann nie alles wissen. Deswegen gibt es ja andere, die dann auch noch irgendwie was einfügen und was dazu sagen. Da würde ich gerne noch eine Sache auch ergänzen. Weil gerade jetzt zum Beispiel das Thema Mika und Regulierung, ich finde Regulierung nicht gut. Ich habe ja eingangs über diese ganzen Crypto-Projekte oder vor allem Trader und so gesprochen, die für viele Menschen unfassbar großen finanziellen Schaden verursachen, wo sich Einzelne massiv daran bereichern. Und das ist natürlich doof. Ich glaube aber trotzdem und so doof ich das finde und hier habe ich zum Beispiel auch wieder eine Meinung, es ist nicht so, dass ich meine Meinung nie kund tue, aber in manchen Fällen tue ich es trotzdem, würde ich trotzdem nicht wollen, dass diese Thematiken reguliert werden. Weil ich glaube, es ist ein Lernprozess. Wir müssen auf die Nase fliegen. Wir müssen verstehen, wenn ich Trading mache und das kann ich von mir aus zehn Jahre machen, am Ende ist da weniger, als ich vorher reingegeben habe. Und darum geht es. Und wenn wir diese Dinge nicht lernen können, dann sind wir wie so Kinder, die einfach dumm bleiben und die keine neuen Dinge herausfinden können, weil wir uns immer nur in so einem staatlich vorgegebenen Rahmen bewegen. Und von daher glaube ich, es ist notwendig, dass wir frei Fehler machen dürfen. Fehler machen gehört zum Leben dazu und das ist einfach unfassbar wichtig und jede Regulierung, die uns davon abhält, ist augenscheinlich gut, aber langfristig unter Umständen schlecht, weil uns diese Erfahrung fehlt als Gesellschaft. Naja, es ist halt wie, ich glaube, dieser Begriff, den gibt es schon, der infantile Gesellschaft, irgendwie auch so ein bisschen, ein bisschen, ja, halt immer am Kindertisch bleiben und niemals erwachsen werden, weil Fehler, wie du selber sagtest, eben, ja, gehören einfach dazu. Ja, Roman, vielen Dank. Es war sehr erhellend. Danke, dass Sie eingeladen wurden. Ja, fand ich toll und ich möchte auch, die da draußen, die jetzt auch Bock haben oder auch vielleicht Teil der Bitcoin-Community sind, möchte ich auf den Blocktrainer Beach 2023 aufmerksam machen. Ich finde es cool, dass du so ein Event startest, der findet in Oberhausen statt am 23. Juli und ist für 1000 Personen, ich glaube, Tickets gibt es noch, da sind verschiedene, da ist sogar ein Bitcoin-DJ, ich sage nur, sorry, ein Krypto-DJ, ich habe es heute gesehen, ihr habt, glaube ich, auch Speaker dort, bekannte Leute, es gibt auch Live-Musik, Speaker. Ja, bekannte Leute eben aus dem Hub, aus dieser Gruppe, ja, und, glaube ich, könnte lustig sein für die Leute, die da sind oder die da Bock haben. Es wird ein Sommer-Event, also wie ein Festival, ein Tagesfestival, was einfach anders ist wie so stringente Konferenzen, wo man die gleichen Vorträge hört, wir wollen es ein bisschen spaßiger machen und dass die Leute ein bisschen Bock haben, sich auch auszutauschen, kennenzulernen und dann ein bisschen Vorträge haben, also es soll eine bunte Mischung werden mit Musik und allem und ich glaube, das wird ganz cool. Ja, hat es auf jeden Fall cool angehört und wer sich noch mehr bilden möchte, dem empfehle ich deinen Kanal auf jeden Fall und auch deine Webseite, da gibt es ja Unmengen an Informationen und ich verlinke alles unten in die Beschreibung. Vielen Dank, Roman. Dankeschön. Dankeschön.